Wurst! Vorne wieder ganz Dämpfer arbeitet. Was soll man dazu sagen? Das Carbon, wie das die Spiegelchen die ganzen Tränen richtet. Boah, ein Tunnel! Boah, ist das krank! Alter! Unglaublich! So geil, wie die Feder davon erarbeitet. Und wie man nicht rausgucken kann. Ist das geil! Ohne Witz. Das ist sowas von Unterschied. Mit Tageszeit wechseln hier. Alter! Das glaubte doch keiner. Angefahren. Zwei Runden, da ziehen wir uns durch hier. Ui, 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 fun, fun, fun. Nur was mir gerade auffällt, gibt es eigentlich einen Rückspiegel. Einen Rückspiegel gibt es logischerweise nicht von der Kiste hier. So ist Seitenspiegel. Aber die Seitenspiegel sind auch der Hammer. Die Sicht ist so scharf. Man kann sich hier einfach fast umdrehen. Ui, 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 ui. Das ist so cool im Cabrio zu fahren. Das ist unglaublich. Jetzt sind die Häuser nicht besonders scharf, aber nicht besonders detailreich, aber trotzdem. die wirken durch die sicht viel schärfer alles das ist echt hier eine ganz andere nummer herrlich herrlich das ding geht oh yes ups genial genial läuft es einfach besser Locker-Anführung. Können wir vielleicht doch ein bisschen schwieriger durchschrauben können, na egal. Wollte ich bloß mal zum Testen, aber es funktioniert sensationell. Das Schwierigkeitsgefühl ist hier in der Stadt auch absolut mega. Uiuiui, da kommt der gleiche ins Rutschen, locker abgefahren. Au, was für eine geile Kiste. Fun, fun, fun. Also was haben wir dann? Lernen wir daraus die richtige Strecke wählen und das richtige Auto. Und dann wird es richtig cool. Mega, mega. This is really amazing. Genial, genial. Boah, ein Zügel. Wahnsinn, Wahnsinn. Ah, der Wilder mit der Fahne und geschafft. Ai, ai, ai. Das war echt ein Erlebnis. Wer hätte es gedacht. Guck mal, was ich hier in den Trixie gesehen habe. Hier mit Foto Modus. ja dann mach's doch, dann hat man Fotos, so, frei rumlaufen so, jetzt den Controller